Hallo Sven, hallo Björn. Entschuldigt bitte die Verspätung. Ich war gerade noch im Kundengespräch. Hallo Eva. Sollen wir direkt anfangen? Ja klar. Es geht ja eh nur um die Aufgaben, die wir beim letzten Gespräch nicht geklärt hatten. Ich hatte leider noch keine Zeit, den Vorschlag vom Chef zu lesen. Du Björn? Ja, ganz kurz. Aber Sven, ich habe direkt gesehen, dass ich eine Aufgabe von dir übernehmen soll. Echt? Was denn? Schau bei mir, da unten. Über Webshop. Da steht's. Preise für neue Produkte definieren. Tatsächlich. Lass mal bei mir oben schauen. Stimmt, die Aufgabe steht bei mir nicht mehr. Sie passt bei dir aber auch besser. Dafür habe ich eine Sonderaufgabe bekommen, die vorher bei dir war, Eva. Ähm, ja, stimmt. Ehrlich gesagt hatte ich darum gebeten, dass ich entlastet werde. Denn ihr seht ja, ich habe immer noch mehr Aufgaben als ihr. Deswegen kann es sein, dass eine meiner Sonderaufgaben dir zugeteilt wurde. Welche war das denn nochmal? Ach so, genau. Die interne Kommunikation. Ja, stimmt. Ähm, also gut, ich mach's. Dann müsst ihr mich aber regelmäßig informieren, sodass ich alles Wichtige gebündelt intern weitergeben kann. Versprochen. Na klar, Sven. Okay. Ähm, bevor wir weitermachen, ich würde gern nochmal zu deinen Aufgaben zurückkommen, Björn. Und zwar zur zweiten Aufgabe. Hast du wirklich nichts dagegen, dass du die von mir übernimmst? Nein, absolut nicht. Ich muss sowieso immer die Produktpreise im Auge haben. Das passt doch zusammen. Dann bin ich aber ruhig, dass du das auch so siehst. Äh, Eva, hast du noch was? Ähm, bei mir ist fast alles klar. Ich behalte ja hauptsächlich die alten Aufgaben. Ähm, Pressearbeit. Also Pressemitteilungen, Beantwortung von Presseanfragen. Äh, dann kommt aber etwas, was ich nicht verstehe. Da steht nur Multimedia. Keine Ahnung, was damit alles gemeint ist. Das fragen wir am besten den Chef. Ja, ich notiere mir das. Ja, und der nächste Punkt, das sind die ganzen Online-Sachen. Darum muss ich mich wohl mehr als vorher kümmern. Das wird alles ganz schön viel Zeit kosten. Ihr seht ja, wie viele Aspekte das sind. Deshalb habe ich eine Bitte an dich, Björn. Da bin ich aber gespannt. Das betrifft den Webshop. Björn, deine Aufgabe im Webshop ist doch sowieso schon auf Kundenfeedback zu reagieren. Auf meiner Liste steht da noch, dass ich dafür zuständig bin, auf Kundenanfragen zu reagieren. Könntest du das vielleicht machen? Wäre das möglich? Ich denke, das ist kein Problem. Das kann man zusammen abarbeiten. Dann ist die Verteilung auch klarer. Sven und ich kümmern uns gemeinsam um den Webshop und du machst die anderen Online-Sachen. Super, danke. Dann ist ja alles klar. Ähm, nicht ganz. Aha. Was ist denn nicht klar, Sven? Ähm, also beim ersten Punkt bei mir, Verkaufsförderung, finde ich etwas komisch. Jetzt muss ich nicht nur die Maßnahmen einleiten, sondern soll auch noch die Wirksamkeit kontrollieren. Das hast doch du vorher gemacht, Eva, oder? Ja, das stimmt. Aber ich finde die Änderung eigentlich logisch. Das passt besser zum Maßnahmen-Einleiten. Was meinst du, Björn? Ja, da stimme ich dir zu. Okay. Ist vielleicht auch besser so. Dann kann ich die Maßnahmen besser einschätzen. Genau. Dann sind wir fertig, oder? Ich würde dem Chef eine E-Mail schreiben. Und zwar mit der Frage, mit der neuen Aufteilung beim Webshop und ihn informieren, dass wir drei ansonsten mit dem Entwurf einverstanden sind. Ist das okay für euch? Ja, klar. Ja. Danke, dass du das machst. Ich bin gegen Ich-Botschaften beim Streiten. Ich bin gegen Ich-Botschaften. Ich-Botschaften sind authentischer und prägen sich besser ein. Sie wecken beim Angesprochenen Emotionen, sodass er die Kritik nicht einfach übergehen wird. Hinzu kommt, dass Ich-Botschaften oft mit einer soften Ausdrucksweise verbunden sind, wie zum Beispiel, ich fühle gerade sehr viel Ärger. Das wirkt antrainiert, also nicht ganz echt. Und deshalb besteht die Gefahr, dass der Kritisierte die Botschaft nicht ernst nimmt. Es ist also besser, wenn ein schwelender Konflikt durch einen richtigen Krach beendet wird. Denn dadurch wird die Zusammenarbeit in der Gruppe besser und erfolgreicher. Und was denken Sie zu diesem Thema? Was ist Ihre Meinung dazu? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Patiententag an unserer Klinik. An Ihrem zahlreichen Erscheinen sieht man, dass das Interesse am Thema Schmerz sehr groß ist. Wir alle kennen Schmerz und man muss sagen, zum Glück. Denn das, was für uns so unangenehm ist, hat eine wichtige biologische Funktion. Akuter Schmerz sorgt nämlich dafür, dass wir die Gefahr von Verletzungen vermeiden, dass wir uns zum Beispiel beim Sport nicht überlasten oder dass wir im Fall einer Krankheit oder Verletzung dem Körper Ruhe und Gelegenheit zur Heilung geben. Dieser akute Schmerz ist also ein wichtiges Signal und hilft uns, unseren Körper zu schützen. Aber wenn Schmerzen länger andauern, haben sie das Potenzial, die Lebensqualität der Betroffenen massiv zu beeinträchtigen und darum soll es in diesem Vortrag heute gehen. Die Deutsche Schmerzgesellschaft schätzt, dass circa 10 Millionen Menschen in Deutschland von chronischen Schmerzen betroffen sind, also Schmerzen, die länger als drei Monate andauern. Der Medizinautor Harro Albrecht behauptet sogar, ein Großteil des Medizinsystems beschäftige sich mit nichts anderem als der direkten oder indirekten Bekämpfung von Schmerzen. Schauen wir uns dazu eine Statistik an, die anhand von Daten von Schmerzpatienten erstellt wurde. Wie Sie hier in der Grafik sehen, betreffen die meisten chronischen Schmerzen den Bereich des unteren Rückens mit 55 Prozent bei den Männern und 63 Prozent bei den Frauen. Häufig betroffen sind außerdem der Nacken, sowie die Schulter und die Hüfte, aber auch die Knie. Schmerzen im Knie haben 44 Prozent der männlichen Schmerzpatienten und 42 Prozent der weiblichen. Schmerzerfahrungen beginnen bereits früh, wie die nächste Grafik hier zeigt. Die Barmer Krankenkasse hat unter Studierenden eine Untersuchung zum Thema Schmerzerfahrungen durchgeführt. Diese Umfrage hat gezeigt, dass rund 64 Prozent an Kopfschmerzen leiden. Die Hälfte davon fühlt sich durch den Schmerz im Alltag deutlich eingeschränkt. Ja, das ist in der Tat eine erschreckend hohe Zahl. Die Herausforderung bei der Schmerztherapie liegt darin, dass die Stärke des Schmerzempfindens nicht notwendigerweise mit der Schwere des körperlichen Problems zusammenhängt. Wir Ärzte scheitern immer wieder daran, bei Patienten mit lang andauernden Schmerzen eine eindeutige Ursache zu finden. Und doch spüren diese Patienten die Schmerzen ganz konkret. Was wir hier lernen können, Schmerz ist nicht nur eine Empfindung, die durch einen konkreten physischen Reiz verursacht wird, Schmerz ist auch eine Emotion, die in einer ganz bestimmten Lebenssituation entsteht. Andere Gefühle wie Stress, Isolation oder negative Einstellungen können dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ich möchte Ihnen das am Beispiel einer Studie erläutern, die an der Technischen Universität München durchgeführt wurde. Durch diese Studie wird deutlich, wie eng der körperliche Schmerz mit dem psychischen Erleben zusammenhängt. Die Studie lief folgendermaßen ab. 41 Probanden bekamen schmerzhafte Reize auf die Hand. Konkret waren das Hitzereize. Die Schmerzstärke veränderte sich während einer Dauer von 10 Minuten. Währenddessen mussten die Probanden ständig die Schmerzstärke bewerten. Dafür haben sie eine Skala benutzt. Gleichzeitig wurde die elektrische Aktivität des Gehirns durch ein Elektroenzephalogramm, ein sogenanntes EEG, gemessen. Ein EEG zeichnet Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche der Probanden auf. Dadurch kann man beobachten, was sich in ihrem Gehirn abspielt. Im Versuch der Universität München zeigte das EEG, dass bei diesem minutenlangen Schmerz auch Hirnbereiche für Emotionen aktiv wurden. Der an der Studie beteiligte Neurologe Markus Ploner berichtet zudem, dass die Teilnehmer schon nach einigen Minuten Veränderungen des Schmerzes gespürt hätten, obwohl die objektive Hitzestärke teilweise unverändert geblieben sei. Die Empfindung von Schmerz habe sich also vom objektiven Reiz gelöst. Das heißt, je länger ein Schmerz dauert, desto mehr scheint er von einem biologischen, neurochemischen Prozess zu einem emotionalen Phänomen zu werden. Wir finden immer mehr Hinweise auf diese Verbindung von Körper und Psyche beim Schmerzerleben. So weiß man zum Beispiel inzwischen, dass seelischer Schmerz wie Zurückweisung oder Trennungsschmerz in denselben Hirnregionen Aktivität auslöst wie ein rein körperliches Empfinden. Mein österreichischer Kollege Martin Aigner sagt daher zu Recht, dass bei chronischem Schmerz ein multidisziplinärer Therapieansatz nötig sei. Bei länger bestehenden Schmerzen sei nämlich eine Verselbstständigung des Schmerzerlebens entstanden, bei dem emotionale und soziale Aspekte dominant seien. Die traditionelle Trennung zwischen den Fachdisziplinen Medizin und Psychotherapie hilft hier nicht weiter. Man kann sich das gut vorstellen. Das sind zum einen Gefühle von Hilflosigkeit und Traurigkeit. Zum anderen reagieren Familien, Kollegen und Vorgesetzte der Patienten oft mit Ungeduld und Vorwürfen. Sie sind genervt von der ganzen Schmerzthematik und behaupten vielleicht sogar, die Schmerzen würden vom Patienten als Strategie zur Vermeidung unangenehmer Aufgaben eingesetzt. Auch solche negativen sozialen Reaktionen werden vom Patienten als Schmerz erlebt. Der Schmerz wird also noch schlimmer. Ein medizinischer Schmerzspezialist kann dieses Problem dann nicht allein lösen. Da braucht es auch eine psychologische Perspektive. Der Kollege Aigner fordert deshalb, dass für die Schmerztherapie ein biopsychosozialer Ansatz nötig ist. Das heißt, dass Schmerz als Gesamtphänomen angesehen werden muss, bei dem physiologische, aber auch psychische und soziale Faktoren beteiligt sind. Was bedeutet das also für die Patienten mit chronischen Schmerzen? Sie müssen lernen, dass ihnen allein durch ein neues Medikament oder durch einen neuen Arzt nicht geholfen werden kann. Immer mehr Mediziner sind mittlerweile der Ansicht, dass eine Therapie effektiver sei, bei der die Eigenverantwortung und Aktivität der Patienten gefördert würden. Manche denken, die Patienten seien bisher teilweise nicht entsprechend behandelt worden. Sie sollten als aktiv Handelnde gestärkt werden. Aber was bedeutet das konkret für eine zeitgemäße Schmerztherapie? Das möchte ich Ihnen jetzt anschließend erläutern. Ich heiße Jens Hauptmann. Ich bin Ingenieur in einem Forschungsprojekt, bei dem wir Assistenzsysteme für den Pflegebereich entwickeln, also sogenannte Pflegeroboter. Wir arbeiten daran, wie ein Roboterarm den Patienten Gegenstände geben kann, zum Beispiel eine Tasse Tee oder ein Kissen. Für solche kleinen mechanischen Tätigkeiten muss doch nicht immer gleich eine Pflegekraft kommen oder ein Angehöriger zur Verfügung stehen. Das kann eine Maschine genauso gut. Das wäre eine Entlastung für das Personal und die Patienten würden dadurch unabhängiger. Und außerdem könnte ich mir vorstellen, dass manche Situationen für die Patienten mit einem Roboter sogar angenehmer sind, zum Beispiel wenn man Unterstützung bei intimen Vorgängen braucht, also wenn man sich zum Beispiel nicht mehr allein waschen kann. Wenn dann immer eine Pflegekraft helfen muss, dann könnte man das vielleicht als peinlich empfinden. Mit einem Roboter dagegen wäre es einfach eine neutrale Situation. In ein paar Jahren, wenn die künstliche Intelligenz noch weiterentwickelt ist als heute, werden wir noch mehr solche Vorteile sehen. Davon bin ich überzeugt. Mein Name ist Christa Reber. Ich bin jetzt 78 Jahre alt und brauche seit drei Jahren täglich Unterstützung im Alltag. Meine Tochter und mein Sohn kommen jeden Tag vorbei, bringen Einkäufe und Essen und morgens und abends kommt auch immer jemand vom Pflegedienst. Ich brauche halt Hilfe beim Anziehen, im Bad und so weiter. Ich weiß, dass das für meine Kinder manchmal schwer ist, weil sie ja selbst auch Kinder haben und beide voll berufstätig sind. Das bedrückt mich schon ein wenig, denn ich will ja keine Last für sie sein. Aber stattdessen ein Roboter in meiner Wohnung? Das kann ich mir nicht vorstellen. Macht er denn wirklich das, was ich will? Und außerdem kann ich nicht mit ihm reden. Das ist ja nur eine Maschine. Nein, also, ehrlich gesagt, ich möchte nicht so kalt und gefühllos versorgt werden. Armin Koch, Pfleger. Ich arbeite in einem Seniorenheim. Bei uns leben viele Patienten und Patientinnen, die schon um die 90 Jahre alt sind. Einige von ihnen leiden an Demenz. Weil sie nicht mehr gut orientiert sind, werden sie schnell ängstlich oder unruhig. Besonders bei neuen, fremden Situationen. Ich stelle mir vor, wie so ein Pflegeroboter einem verwirrten, ängstlichen Patienten das Essen bringt. Meine Güte, das ist doch ein Schock. Das würde bedeuten, dass wir Pflegekräfte immer dabei sein müssen, um alles zu begleiten und zu kontrollieren. Da sieht man doch ganz klar, Pflegeroboter können unsere Arbeit nicht ersetzen. Wir brauchen einfach mehr Personal, und nicht mehr Maschinen. Wo ich mir dagegen Roboter eher als Unterstützung vorstellen könnte, ist der ganze Bereich von körperlich schwerer Arbeit. Patienten aus dem Bett heben, schwere Wäschewagen transportieren und so weiter. Viele von uns haben ja wegen der Arbeit schon chronische Rückenprobleme. Also, ja, da wäre ein Roboter eine gewisse Hilfe. Ich heiße Patricia Renner und studiere Philosophie mit Schwerpunkt Ethik. In einem Seminar haben wir neulich über folgendes Szenario diskutiert. Stellen wir uns einen Pflegeroboter vor, der speziell für einsame Patienten entwickelt wurde. Der Roboter sieht aus wie ein kleines, weiches Haustier. Er ist süß, er kann sprechen, singen und lustige Bewegungen machen. Das ist auf den ersten Blick sicher eine schöne Sache für einen Patienten, der viel allein ist. Aber wie muss man es beurteilen, wenn der Patient irgendwie glaubt, der Roboter wäre ein echtes Lebewesen und es wäre eine echte Kommunikation? Nur durch diese Illusion hätte er ja wirklich Freude daran. Ja, dann haben wir hier ein ethisches Problem. Denn das ist ja eigentlich eine Täuschung, also eine Lüge. Ist es vertretbar, den Patienten so zu täuschen? Also darüber haben wir im Seminar ziemlich kontrovers diskutiert.